Musik Musik Herzlich Willkommen zurück zu horrorwatch Spielt noch vorbei Brodlerim ich mute dich gleich Der ist nur am säufzen und am weinen Alter Mein Leben ist so hart Keiner lässt sich Boah und schnupfen hat er auch Wir sind richtig beschissen Positioniert wenn ich das mal kurz anmerken darf Ja Hanzo killt mich gleich Farah auch Och ja, gut Die sind durch, ne? Ne Noch lange nicht Geht doch, dankeschön Bitte Was auch, ich huck die und du machst die Brett Okay, Genji hier Ja, konnte ich nicht, der ist weggeschwungen Muss mich heilen Hook Tot Farah kommt von oben Ich würde gerne hinter mir reinstehen Ja, da rein denkt sich aber Lol, nope Oh, hinter mir ist was, aua Wo bist du hin? Ich stehe hier hinten Ich muss sie doch in deine Richtung Hanzo, Hanzo, Hanzo Krieg ich nicht Hanzo, Hanzo, Hanzo Hanzo, Hanzo Hanzo, Hanzo Ich bin weg Ich bin tot Ich auch Die haben ne Mercy Wir brauchen dann auch ne Mercy Das ist momentan so im Ranked Und dann ist auch noch unser Symmetra tot Und wir haben uns kein Rein beschützt nur sich selbst mit dem Schild Ja Biew 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 Boop Geht Herbie auf den Sack Teleporter online Ah, Teleporter online Ich bin tot. Konteste mal. Ich kam nicht auf den Punkt. Die sind aber alle super squishy, ne? Ja. Eigentlich auch kein Problem, wenn der Reinhardt uns beschützen würde und ich solo reingehen würde. Na, jetzt haben wir da gut reingelockt. Oh, wo steht denn der Tele? Der Tele steht super. Der Genji-Bug, Alter. Ich hasse ihn. Sehr gut, Nephi. Ich stehe hier oben auf dem Tisch. Die sollen endlich patchen, dass Genji nicht mehr rumbugt, wenn man ihn hockt. Das ist so ätzend. Oh Gott, Symmetra geht Mercy. Dankeschön. Hook! Tot, okay. Ich schrei auf einmal Hook, wenn ich einen habe. Boah, wie der auch schnauft! Ich minute den gleich, das ist schlimm. Ach, Mei! Mei, du bist so ein Anti-Made, Alter. Hast du das gesehen? Ja. Oh, hier, wie wäre es mit der Ice Wall? Checking in! Die Ice Wall, die gerade keiner braucht. Nerf this. Scheiße! Ich halte gerade einfach meine Ulti mal rein. Oh, Healing! Na gut, das sind die Stress, nicht die Tanks. Ja. Und dann auch noch im engen Gang. Gut, Mercy. Gut. Gut Job. Ich weiß nicht mehr, woran ich gestorben bin. Die Pharah-Ult. Ach so. Stop the payload. Die hat die voll reingehalten bei euch. Ich wollte mich gerade ulti'n, aber... Ja, das schaffst du nicht mehr in der Zeit. Nee. Ja, ich wäre auch so gestorben, auch selbst in der Ulti wäre ich gestorben. Stamper, wird da vorne jetzt auch drauf gehen, oder was? Oh, ich bin tot. Stram heißt der. Ich war tot. Rein! Äh, Rein. You know how to stay at the team. Pharah hat kaum noch was. Auf die payload gesleept. Nice Job. Oh, die Ana geht mir so auf die Eier, ne? Ich werde dauerhaft gesleept. Thank you, Reinhardt. Endlich. Endlich mal. Mann! Fuckin... 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 Boah, Alter, bist du krank? Spiel die nicht Overwatch, bitte. Nein! Das schlecht. Die Mercy hat doch nichts mehr. Oh, ich bin tot. Ja, ja. Oh mein Gott. Das waren drei Ultis für uns, Alter. Tot, tot! Ich komme, ich bin gut gerest, ich wurde gerest. Hab die Mercy nicht. Oh, ich hasse Mercy hooken. Oh, ja, 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 vierte Ult. Wir haben keine Ults mehr, wir könnten es jetzt schaffen. Diva ist, ist halb Leben noch. Nein! Ich hucke, zu peinlich. Mach den Hans auf. Oh mein Gott, danke, Rainer. Sixty seconds. Mach die Mercy! Oh, Gott sei Dank. Oh, jetzt haben wir sie. Aber... Reinhardt! Ach, das hab ich gesagt, Reinhard. Nicht du. Wir müssen aufpassen, ich seh nichts. Ja, wenn der scheiße steht. Deswegen kommt der wahrscheinlich nicht zu dir, weil der nicht weiß, wie er sich hinstellen soll. Ich seh wirklich nichts. Links, Verna, comeback. Hab ich? Mercy, hab ich? Hab ich nicht? Fuck! Der Wolf kam. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, okay, gut Team. Gut Team. Der ist Deutscher. Meinst du? Ja. Ist das eigentlich... Oh, ne. Ist du der echt? Oh, nein! Nein! Wir flamen ihn voll. Bist du eigentlich... Der echte... Der echte... Hallo, jetzt ner... Oh, äh... Hi. Ich überlege gerade, ob ich ihm auf Deutsch im Wallshut antworte, aber das sind mal Asi den anderen gegenüber, die kein Deutsch können. Ja, eben, deswegen. Das will ich nie. Weißt du, was ich dazu sage? Der steht vor dir. Bip-boop-bip-bap-bi-bap-bap-boop. Der steht vor dir. Bin ich jetzt im Ferienwimmer, m-m-m-m? Ach, er ist jetzt Soldier. Ich mach einfach das hier. Lieber Lorin, wenn du dieses Video siehst, schnief dich so ins Mikrofon. Das hier ist der beste Tanz. Hat Diva eigentlich auch ein Emote zum Ohne-Mech-Tanzen? Ne, ne? Ja, macht Sinn das Herz. Egal welchen Emote du willst. Komm, da kommt so eine Schreiber Symmetra-Kugel. Eine? Oh, dass sie die Matrix geändert haben. Dass man jetzt nicht mehr so den ganzen Weg reinlaufen kann, ohne Schaden zu nehmen. Ist voll blöd. Oh, die gehen voll abfuckt. Junkwit, Orisa, Torbjörn. Ja, wir müssen halt nur einmal durch sein, ne? Ja. So, wie jetzt? Oh, oh. Oh, oh! Danke! Das hat aber nicht gereicht. Mercy. Mercy. Rest mich. Du hast doch noch keine Rest. Wieso hat die mich nicht gerest? Krass. Symmetra-Staubsauger geht gerade richtig ab. Nein! Mach doch einer die Mercy, wenn ich sie hocke! The fuck! What the fuck! Der Soldier ist durch. Was hat er gemacht? Stunt und dann erschossen? Ja, aber aus was für einer Entfernung? Ja, ich verstehe die Entfernung von der Granate von McQueen eh nicht. So, der schmeißt die Vorsicht auf den Boden, acht Kilometer später... Ah, ich sehe nicht! Ich bin blind! Genau, wenn ich die werfe, zählt die nur fünf Zentimeter, weißt du? Ja. Puff! Triff niemanden. Ach, McQueen. Weeper, alter. It's his first time, you know. Where's that 2.1? Die haben einen Teleporter. Teleporter und Multenkorn. Ich geh den mal suchen. Und schon wieder in der... McCree. Ich muss kurz chillen. Chill mal dein Leben, Alter. Au, nein! Fuck! Oh mein Gott, der Reifen! Ah, bin ich tot. Ich hab gleich meine Ulti. Wir sind aber gut dran auf dem Punkt gerade. Noch? Ihr müsst die Symmetra-Dinger killen alle. Ja, ich weiß. Ich krieg nichts hin, weil die mich stunnen! Ah! Geh, Winston. Die neue Mercy... Die neue Mercy müssen noch lernen, mich nicht inmitten... Also wir waren nicht inmitten, aber wenn dann auch irgendwie fünf Gegner sind, nicht Resin. Ja. Alter. Ist der Telen, oder? Nee. Nicht, dass ich weiß. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Der versucht hinten den Turm zu machen. Oh, das ist nice. Mercy down? Ja, ich muss weg. Junker down? Das Pferd ist down? Ja, aber der Torbjörn-Turm nicht und der Ulti hält ewig. Ja. McCree-Ult. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die kommen raus? Ja, die haben Telen hingestellt, erschaffen sie nicht mehr. Sehr nice. Da hat die Reaper-Ulti gut reingeknallt. Jetzt die Payload eskorten und alles ist gut. Wir haben erstmal Orisa noch Platz gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Hat kein Tatsimus. Wo wir denen damit irgendwie einen Gefallen getan haben. Ja, weil die jetzt halt spawnen, ne? Ja. Oh, 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 da kommt was. Oh, Soldier. Oh, Soldier. Dann müssen wir da hin und helfen. Thank you, Mercy. Merci. Ach, das ist ja der Deutsche, ne? Der Deutsche. Hab ich doch gesagt? Ich hab's gesagt. Und danach sagt er, bist du der Echte? Also nichts für ungut. Ich find's ja auch cool, wenn man erkannt wird, ne? Aber... Ah, nein, 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 nein. Oh Gott, heim ich dir. Oh Gott. Komm hier. Kann ich. Muss dir Anna helfen. Oh mein Gott, ich... Ich hab meine Ulti. Ich hab meine Ulti auch gleich. Vor allem müssen wir dich weit schieben. Eigentlich... Wer bist du? Du bist Winston. Da kannst du halt Space createn gleich, ne? Lass das nicht reingehen, Mercy. Nicht... Mercy, bist du... Nein! Oh, ich hätt fast den Lusten gehabt. Das kommt mit der Minds on Kemsnbiel. Nerf this! Mecha! Ach! Der Hahn. Ja. Just She's in my Pornhut. Man. Die machen meine Pranks. Ich brauch einen Highlighter. Die haben einen Reaper jetzt. Ja, wegen mir. Ah, ich bin tot. Oh, McCree, Alter. Unsere Mercy ist aber auch down. Jetzt haben wir keine Mercy mehr. Die haben aber jetzt auch keine Sim mehr. Das heißt, ich kann wieder Roadhog gehen. Wir müssen halt zur Payload jetzt, ne? Und da stehen die ganzen Tanks drauf. Ja, McCree ist weg. Oh, und dann haben die zwei Schilde, weißt du? Nice. Nice. Soldier's down. Nice, nice, nice. Wir können schieben, wir können schieben. Jetzt müssen wir... Nicht mehr weit schieben. Das schafft er nicht. Der steht scheiße. Der steht scheiße, der trifft nichts. Hat er auch nicht. Jetzt der down. Bleib bei der Payload. Push Payload, Push Payload. Ah, sehr gut. Nice. Good job. Oh, should I say? Piep, 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 piep. Ha, 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 ha. Jetzt... Das war das, wo sie dich im Engang wegge-fotzt... ...hat. Ah, ne. Ne. Ist da, wo du stirbst. Doch, das ist da. Doch, das ist das mit dem Engang, wo du dann rein rennst zur Deckung und dann... BRRRRRRRR, oh my god! Die Mercy guckt noch rein, so, hrr? Die Mercy, da hält sie kurz ihren Stab. Ich meine natürlich... War gut, dass wir dann doch noch eine Mercy hatten. Das war's mit der Folge Overwatch, lieber Lorim, wenn du schnupfen hast, stell deine Mikroempfindlichkeit weiter runter. Nimm dir eine ordentliche Hühnersuppe und dein Kuri, die schmeiß mal aus. Bis nächstes Mal. Tschüss.